Die Küken aus unseren Überraschungseiern sind geschlüpft. Ja genau, wir haben von Mystique das erste Mal jetzt ihre Küken gesehen. Sieben von zehn Stück sind bisher geschlüpft, drei Eier liegen noch im Nest. Eins war direkt beim Schlupf, als sie aufgestanden ist, ein anderes hatte einen Pick und beim dritten hat man noch gar nichts gesehen. Sie kam dann relativ schnell zurück und hat sich wieder hingesetzt. Wir sind mal gespannt, ob da jetzt noch Küken ausschlüpfen und ob es denen dann gut geht. Bei den anderen Küken ging dann auch sofort schon das Rätselraten los, welche Rasse von unseren da jetzt drin stecken könnte. Denn es sind zwei ganz hellgelbe dabei, drei dunklere kennfarbige und zwei etwas hellere kennfarbige. Kennfarbig sind bei uns die Zwergbielefelder und Barnefelder. Von den Bielefeldern haben wir nur Hennen, von den Barnefeldern haben wir Hennen und auch einen Hahn. Und dann haben wir auch noch die Sulmthaler dabei, ein Hahn und eine Henne. Und auch noch eine Mischlingshenne von Bielefelder und Sulmthaler, nämlich die Tina. Also da können jetzt wirklich die wildesten Kombinationen bei rumkommen. Und wir sind nachher wirklich gespannt, wie die Küken dann mit den Federn aussehen werden.